Sie sehen ein Clip von Scheidweiler PR. So, wenn Sie diese zwei Worte sagen. Ich sage 1127, okay, Glas. Jetzt soll man eine Liste von 7 Optionen sehen. Wenn ich das sage, dann wird das. Das ist wirklich verrückt. Ich sage, ich nehme eine Bildung. Und jetzt kann ich... Ah, okay, jetzt habe ich diese Bildung. Okay, okay, Glas. Ich nehme eine Bildung. Ich muss es wieder anfangen? Ja, so einfach auf die Seite. Glas hat eine configurable Option, so dass es eine Head-Wake-Angle hat. Wenn du die Head-Wake zurückkannst, wird es auf. Das Featuren habe ich jetzt aufgenommen, weil ich die Leistung der Batterie am besten. So, du musst auf die Seite auf die Seite. Say die zwei Worte wieder. Ein bisschen weiter zurückkannst du. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Ich sage 1128, okay, Glas. Take a picture. Das ist wirklich großartig. Es funktioniert sehr, sehr gut. Die Voice-Rekognition und die Möglichkeit, all diese Optionen zu machen, ist eine fantastische Erfahrung, die du wirklich musst, firsthand, wie du selbst. Wenn kann ich es in Deutschland kaufen? So, da ist nicht ein Set Release Date. Google ist rumoring, oder expected to release it in Q1 2014, aber das ist noch ein Rumor. Und die Preis-Pointe hat noch nicht set, aber es wird viel cheaper, als das 1,500 Dollar Preis-Pointe, für die Entwickler-Version. Vielen Dank, Kevin. Google-S ist eine wirklich, wirklich wahnsinnige Erfahrung. Ich versuche, einen sehr früh zu bekommen, und dann kann ich es zusammen spielen. Ja? Yes. Vectorform actually has four of these devices, so we've been playing around with them and seeing what they can do, and we're very, very excited about the future of wearable technology and Google-S. Thank you very much. Bye-bye.